Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zu Grand Tourismus Board und willkommen zu den KBTV Frieder Masters am Dienstagabend. Es ist wieder so weit, Ladies and Gentlemen, wie alle 14 Tage in dieser frisch angefangenen Woche stürzen wir uns in das nächste Rennen der Masters-Saison und so langsam aber sicher wird es heiß. Wir starten heute nämlich in das vorletzte Rennen der Saison. Rennen 5 von 6. Wir kommen so langsam aber sicher in die Streichergebnisse rein. Rennen 5 bedeutet, 4 von insgesamt 6 Rennen werden gewertet und somit jetzt die ganz brühend, brutzelnd heiße Phase. Und so langsam aber sicher können wir einen Blick in die Glaskugel werfen, wer denn der Pott in dieser Saison mit nach Hause nehmen wird. Zum Event an sich, für alle, die neu hinzugekommen sind, werde ich gleich auch nochmal ein paar Worte verlieren. Natürlich, wir wollen natürlich nicht, dass hier irgendjemand etwas verpasst, aber als alles erstes begrüße ich alle Hereingekommenen. Die Ticketpreise sind äußerst günstig hier bei uns, die sich einen Platz auf der Tribüne sichern konnten. Gorg, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Chat-Nachricht. Es ist heute ein besonderer Tag, dem solltest du dir dick im Kalender anmarkern. Und Endgamer Jenny, Kalle und Watt sind auch mit dabei. Hallo zusammen. So. Ja, also wenn es nach mir geht, kann es losgehen. In roundabout ein bis zwei Minuten ist es dann auch soweit. Ja, und nochmal ein, zwei kleine Worte zu den Friedermasters. Was tun wir hier eigentlich und warum machen wir das? Die zweite Frage lässt sich wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten, aber ich kann euch ein paar Worte sagen. In den Friedermasters sind wir nämlich Regel Nummer eins mit ausschließlich französischen und italienischen GT3-Fahrzeugen unterwegs. In jeder Masters-Saison wechseln wir mal so ein bisschen die Ländermottos durch. Und Frankreich und Italien sind eben jetzt am Start. Regel Nummer zwei. Jedes Fahrzeug darf nur einmal pro Saison gefahren werden. Das heißt, wer in einem letzten Rennen schon im Ferrari 458 Italia unterwegs war, hat ihn für die restliche Saison verschenkt. Und Regel Nummer drei. Die Fahrer erfahren erst kurz vor der Qualifikation, auf welche Strecke es denn heute geht, haben dann eine halbe Stunde Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und das sind die drei Clues, mit denen wir hier zumindest alle zwei Wochen uns durch den Dienstagabend schleppen. Hört sich aber schlimmer an, als es tatsächlich ist. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden heute Abend eine schöne Sim-Racing-Stunde haben. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Und wir sind in der allerletzten Phase der Qualifikation. Das heißt, 30 Minuten sind die KameradInnen hier schon unterwegs und kämpfen um die Startpositionen. Wir werden uns natürlich alle in Ruhe angucken. Wir haben heute, und das gefällt mir ausgesprochen gut, eine pickepackevolle Lobby mit insgesamt 15 Fahrzeugen. Das ist richtig, richtig schön. Und somit wird es heute auch einiges fürs Auge geben. Ja, die Punkte zum Ende der Saison will sich eben keiner entgehen lassen. Wir werden dann später auch nochmal auf die aktuellste Tabelle werfen, um ein bisschen mitfiebern zu können. Und dann sind wir einfach mal gespannt, was passiert. Die Qualifikation ist dann zu diesem Zeitpunkt auch offiziell beendet. Die Fahrer beenden noch ihre letzte schnelle Runde. Und dann geht's um Runde im Karton. So, Watt. Das war schön, ne? Watt. Was ist los? Watt fährt schon mal GT4R Green Bean an. Oh ja, das sieht sogar sehr gut aus. Green Bean heißt der Gute. Da wurden einmal die Buchstaben verwechselt. Scheint sich hier auch ganz schwer im Ferrari 458 Italia die Pole Position zu holen, wenn es denn dabei bleibt. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn sich innerhalb der 30 Minuten Qualifikation mal jemand aus der Lobby rausbegeben und wieder eingeloggt hat, kann das auch mal ein bisschen durcheinander geworfen sein. Aber spätestens gleich, wenn das Hauptrennen eröffnet wird, sehen wir, wer hier von den Positionen 1 bis 15 starten wird. RCR Funky hatten wir zwischendrin schon mal auf dem Schirm. Mit einem der ungewöhnlichsten Fahrzeuge hier im Portfolio unterwegs. Einem der Vision Gran Turismo Fahrzeuge. Kann man machen. Muss man nicht. Gehört aber zu den Friedermasters eben auch dazu. Bam Eifelman 84 im Alfa Romeo 4C unterwegs. PV Hero im Renault Sport RS01. Die ich wirklich sagen muss, also gerade auch für ein Renault. Ich hoffe, ich beleidige es, keine Renault-Fahrer unter euch. Aber nein, ich muss wirklich sagen, also das ist echt ein schicker Sportwagen. Ja. Ich muss sagen, da haben sie tatsächlich was draus gemacht. KBTV Express heute genauso wie Eifelman im Alfa Romeo 4C unterwegs. KBTV Daniel, hier sehen wir, was auch noch alle ein bisschen vor sich hingauscht. Denn ebenfalls im Alfa Romeo, den haben sich anscheinend die meisten hier bis zum Ende aufgehoben. Bramburi heute ebenfalls im Vision Gran Turismo Citroën unterwegs. KBTV Patrick, ich glaube im Peugeot, da hinten sehen wir rumcruisen. Manni hat sich heute für den Ferrari entschieden. CK im Alfa Romeo am Start. Da steht, glaube ich, Minyabas im Peugeot noch zwischendrin. Paintball hat sich heute für den ebenfalls Renault Megane entschieden. Nicht Megane, er sieht irgendwie so leicht Megane-mäßig aus. Aber es ist der Renault Sport RS01 in einer ganz frischen Frieder-Lackierung. Tobi Kenobi ebenfalls im Alfa Romeo, also heute. Eine dicke AR-Front unterwegs. Empe geht im Alfa Romeo an den Start. Mike im Ferrari. Oh ja, da hat sich auch wieder eine Arbeit gemacht. Sehr schön. Und Funky hatten wir schon. Dann sind wir so alle 15 durch. Wir warten im Endeffekt dann nur noch auf Startzeichen. Das ist dann in etwa zwei Minuten soweit. Um 20.35 Uhr starten wir dann in den 50-minütigen Hauptlauf. Hauptlauf. Eifelman, auch dir einen wunderschönen guten Abend und viel Erfolg gleich beim Rennen. Wenn es dabei bleibt, wie gesagt, der Tabelle in der Qualifikation darf man nicht immer so hundertprozentig vertrauen, bis es dann tatsächlich zum Rennbeginn übergeht. Aber das sieht ja im Moment ganz ordentlich für dich aus. Beziehungsweise ist in dem Moment auch Funky irgendwie auf zwei hochgeschnellst. Also, wir lassen uns überraschen. In rund einer Minute ist es dann auch soweit. Und dann sehen wir hier tatsächlich, wer von welcher Startposition ins Rennen startet. Paulen 1900, willkommen an Bord. Schön, dass du bei bist. Genieß den Abend. Ich freue mich. Gut. Dann machen wir uns auch noch mal genüsslich. Die Zeit reicht zwar nicht mehr, um nur um die Ecke zu gehen, aber wir können noch mal hier ein frisches Kaltgetränk öffnen. Und seelisch darauf vorbereiten. Und dann, glaube ich, wird es wirklich ein sehr schönes Rennen. Also natürlich zum einen, weil wir ein richtig volles Fahrerfeld mit 15 Boliden haben. Aber auch eine sehr schnelle, interessante Strecke. Auch landschaftlich gibt es hier einiges zu genießen. Wir können hier ein bisschen auf die imaginären italienischen Berge gucken. Wir sind heute auf Sardinia unterwegs. Und in acht, in sieben, in sechs Sekunden ist es dann auch soweit. Und wir starten in den fünften von insgesamt sechs Läufen der Frita Masters. Wir starten in dieses Rennen im fliegenden Start. Das heißt, die ersten Kurven werden somit nicht ultra anstrengend werden. Und dann, GT 4R Greenbeam wird hier, wie dann doch vermutet, von der Pole Position aus ins Rennen hinein starten. Gefolgt von Funky, Eiffelman, PV Hero, Express, Daniel, Pramburi, Patrick, Big Money, CK, Tobi Kenobi, Menjavas, Paintball, Mike und Ampel. So viele Namen. Es ist einfach großartig. Der fliegende Start hat begonnen. Die Ampel ist grün, Ladies and Gentlemen. Und wir starten rein in die 50 Minuten dieses Hauptrenns. Kurzer Blick nach hinten über die Perlenkette. Ist es nicht wunderschön? An Ästhetik kaum zu überbieten. Wie gesagt, die ersten Kurven dürften jetzt zumindest nicht dramatisch kritisch werden. Durch den fliegenden Stark sind alle mit so einem leichten Sicherheitsabstand voneinander hier ins Rennen reingekommen. Werfen wir einen Blick auf die Minikarte rechts oben, sehen wir auch, das scheint auch im Moment allen geglückt zu sein. Und jetzt wird es dann so langsam aber sicher spannend. Wir gehen noch mal ganz kurz in die TV-Perspektive rein. Funky arbeitet sich in dem Moment aber tatsächlich schon gefährlich nah an Greenbeam ran. Gerade mal eine halbe Sekunde Abstand zwischen den beiden. Natürlich auch optimaler Windschattenbereich für Funky. Und die beiden können sich, wir sind natürlich noch in der sehr frühen Phase des Rennen, jetzt hier schon mindestens schon mal ein paar Meter absetzen. PV Hero als Dritter ins Rennen reingestartet, kann die Position im Moment auch halten, aber steht extrem unter Druck. Eifelman Express, Daniel dort im unterhalb Sekundenbereich wirklich ganz, ganz dicht dran. Drei Alpha Mumeos im Nacken. Es gibt entspanntere Situationen. Wir springen auf Platz Nummer 7, dort sehen wir Pramburi im Zweikampf mit Patrick. Oder genau umgekehrt, Patrick mit Daniel, mit Pramburi sucht es euch aus. Völlige Verwirrung. Auf Platz Nummer 9, Big Money, der das hintere Mittelfeld anfühlt. Gefolgt von Sike und Kenobi auf 10 und 11. Zwei weitere Alpha Mumeos. Wie gesagt, haben wir davon heute einige auf der Strecke. Auf der 12 haben wir mit. Ja, was der hier noch gut mithalten kann, was ist denn da passiert. Ach, ist das bitter. Mike Empe auf 13 und 14. Paintball hat's erwischt. Wir gehen einmal kurz rein in die Wiederholung, was ist da passiert. In dieser frühen Phase des Rennens. Wir schauen uns das einmal aus der Verfolgerperspektive von Paintball an. Fremd oder selbstverschuldet? Oh, Ausweichmanöver. Ah, war das bitter. Nochmal ganz kurz rein, das konnten wir noch gar nicht richtig einfangen. Er muss auf jeden Fall schadenbedingt hier in die Box rein. Gehen wir in die Kameraperspektive. Anscheinend ein Auffahrunfall. Hier schnell durch die Kurve durchgekommen. Ah, da ist vorher Minjabas in die Bande reingeknallt. Dann gab es keine Möglichkeit mehr für Paintball auszuweichen. Und so geht's direkt los. Aus Frontschaden, Heckschaden, wenigstens kein Motor, aber sehr ungünstiger Start für unseren armen Kai. An der Führungsspitze hat sich auch was getan. Funky mittlerweile an Green Bean vorbeigezogen. Auch beeindruckend. Bereits mit 1,6 Sekunden Abstand. Da hat sich dann innerhalb der paar Meter dann doch gleich richtig viel getan. Und wir gucken uns natürlich auch gleich das restliche Feld nochmal in aller Ruhe an. Hase, einen wunderschönen guten Abend. Das ist aber was ganz Besonderes. Ich freue mich sehr. Schön, dass du reinschaust. Und Krabumm, Edna. Hier wirklich die absolute CT-Meister-Elite, die wir hier am Start haben. Das ist ja eine ganz besondere Runde. Und ich vermute mal ganz schwer am kommenden Wochenende werden wir euch auch mal wieder kommentieren hören, oder? Ich denke es und ich würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr reinschaut. So, wir gehen das komplette 15-Mann-Starke-Fahrer-Feld noch einmal durch. Funky nach wie vor auf der 1. Roundabout eineinhalb Sekunden. Ein bisschen was konnte Green Bean da vorne noch abgraben. Nach wie vor auf der 2. Und definitiv noch nichts verloren. Wenn gleich er nicht mehr im Windschatten-Bereich drin ist. Mit gerade mal 1,7, 1,8 Sekunden dahinter. P.V. Hero, der sich auch in der noch sehr frühen Phase des Rennens hier auch aus dem größten Ärger heraushalten konnte. Schafft es da zwar auch nicht so richtig, in den Slipstream-Bereich heranzusaugen. Aber die Top 3 setzt sich, auch wenn sie schon voneinander jeweils ein bisschen Abstand voneinander haben, aber auch schon mal ein wenig vom restlichen Feld ab. Auf der 4. Daniel würde sich da gerne auch noch ein bisschen weiter in die Top 3 reinschieben. 2,2, 2,3 Sekunden sind es aber bereits. Das wird keine einfache Aufgabe. Express im Nacken ist auch immer für eine Überraschung gut. Fühlt sich ja am liebsten auf dem 4. Platz. Den hat er eigentlich auch fest gemietet. Deswegen den guten Daniel versucht er dann auch wegzuschieben. Mal sehen, ob es ihm selber gelingt oder ob Daniel ihm den Gefallen tut. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da sprühen die Funken und zwar nicht vor Freude. Also, witzigerweise die Top 5 davon nicht so richtig eng beieinander. Aber der kleinste Fehler kann hier natürlich auch nochmal ganz schnell zu einem Positionswechsel führen. Und Hase und Kabum-Etna sind auf jeden Fall wieder am Start. Das freut mich sehr. Ich vermute auch am Streamer-Rennen, würde ich jetzt mal vermuten, Samstag, 19 Uhr. Ja, da wird es auch mal wieder einen Eisbär am Steuer zu sehen geben. Ein seltenes Ereignis. Ich freue mich sehr auf dieses gesamte Wochenende und auf das ganz tolle Schenk doch mal ein Lächeln-EV-Spenden-Event. Für alle, die es noch nicht gehört haben, schaut doch gerne mal auf Social Media rein. Da gibt es noch ein paar weitere Infos dazu. Vom Freitag bis Sonntag, 5.11. bis 7.11. Große, schenkt doch mal ein Lächeln-EV-Spenden-Event. Primär bei CT Meister auf dem Kanal, aber natürlich auch bei CT Meister & Friends. Am Sonntag wird es auch hier zwei Streams zu sehen geben. Um 14 und um 16.30 Uhr. Und das wird, wie diese Events auch in der Vergangenheit gewesen sind, eine ganz, ganz große Sache. Und vor allem auch für eine ganz tolle Geschichte. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Weitere Infos über Discord und Social Media. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dabei seid und unterstützt. Und ja, Hase, ihr habt die Ehre, mich zu kommentieren. Ob das eine Ehre wird, ob es da was Tolles zu sehen gibt, das kann ich noch nicht versprechen. Aber das wird cool. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Lust drauf. Und für euch natürlich auch ein extrem langes 48-Stunden-Bocken-Ende. Wir schalten einmal das Feld weiter durch. Wir springen auf Platz Nummer 6. KB TV Patrick hat sich heute für einen, ich hätte fast gesagt, Borussia Peugeot entschieden. Aber es ist zum Glück der Eisbär drauf. Und Eisbär auf Auto geht immer. Aktuell auf der 6. Es sind bereits 2,7, 2,8 Sekunden auf die Top 5. Da wird es nicht ganz so einfach, sich wieder ranzuarbeiten, da jeglicher Windschatten auch weit entfernt ist. Dafür aber auch einen eineinhalbsekündigen Sicherheitsabstand nach hinten auf Eifel, Man und Pramburi, die hier aber schön im Zweikampf sind. Gerade mal eine halbe Sekunde dazwischen. Wir gucken uns das mal kurz aus der Cockpit-Perspektive von Pramburi an. So sieht es aus, wenn ein französisches Raumschiff durch die virtuellen italienische Welt fliegt. Ist es nicht fantastisch? Kann man so oder so sehen, sieht aber sehr interessant aus. Und unser rasender Robert versucht hier die Lücke noch zu finden, um an Eifelman vorbeizuziehen. Bisher ist es ihm nicht gelungen, aber wir haben ja noch 43 Minuten vor uns. Auf der neuen Big Money versucht sich nach wie vor CK und Kenobi da vom Leib zu halten. CK, ungewöhnlich weit hinten ins Rennen reingestartet, aber vielleicht hat es in der Qualifikation nicht so gereicht. Unser guter CK ist mittlerweile ja auch sehr, sehr stark in Assetto Corrosa Competizione unterwegs. ACC, wenn wir es ein bisschen unkomplizierter aussprechen wollen. Vielleicht hier auch nicht mehr ganz so geübt, aber auch ganz spannend zu sehen. Unser CK ist immer für eine Überraschung gut, arbeitet sich auch gerne mal vor. Aber Big Money, muss ich sagen, macht das auch gerade richtig, richtig gut. Achter Platz schafft es die Plätze 9 bis 15 hier im Moment noch sehr gut von sich fernzuhalten. Tobi Kenobi im Martini Alfa Romeo auf Position Nummer 9. Versucht das zu ändern, arbeitet sich hier sukzessive ran. Menyabas auf der 10, im Moment jetzt noch nicht allzu oft hier in Erscheinung getreten. Platz Nummer 10, 2,1, 2,2 Sekunden Abstand zu Kenobi. Da muss er sich vermutlich auch erst mal aus eigener Kraft heranarbeiten, aber man kann natürlich auch sein Auto kaputt fahren. Frontschaden, Aufhängungsschaden vorne rechts, das macht das Rennen jetzt nicht unbedingt leichter. Auch für ihn dann leider harter Ritt hier zum Glück kein Motorschaden. Aber wenn wir uns den Tank angucken, hätte sich da eh jetzt früher oder später ein Boxstopp angekündigt. Jetzt kommen wir zu den bereits ein bisschen größeren Abständen. KBTV, Mike, auf der 11 unterwegs, da sind es 5,3 Sekunden bereits zu Vordermann Menyabas. Ist auch noch nicht in der Box drin gewesen, aber scheint sich da heute ein bisschen schwer zu tun. Auf der 12 haben wir Empe. Oh, und Empe hat es auch schon erwischt. Empe mit einem deutlichen Heckschaden, Aufhängungsschaden. Also Sardinia sorgt heute bereits für die ersten Opfer. CK haben wir gerade gesehen, einer der ersten, der hier in der Box drin gewesen ist. Frisches Gummi auf den Felgen, gut gefüllter Tank. Versucht es somit mit einem kleinen Undercut sich da jetzt sukzessive durchs Feld durchzuarbeiten. Paintball, ah, gebeutelt mit Front- und Heckschaden hier in dieser frühen Phase des Rennens. Demnächst kündigt sich dann auch der nächste reguläre Boxenstopp an. Versucht sich da tapfer wieder nach vorne zu arbeiten. Und auf der 15 der gute Daniel, ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Daniel passiert? Von 4 auf 15 zurückgerutscht, war aber ebenfalls in der Box und hat den Tankeimer komplett voll gemacht. Wird also in den nächsten ein, zwei Runden hier wieder ganz entspannt vorziehen. Aber mal sehen, ob es dann auch tatsächlich wieder für eine Rückkehr auf Platz Nummer 4 reicht. GOROK fragt gerade, wie die Lobby-Einstellungen sind. Wir haben aktiviertes BOP, wir haben Tuning aus. Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen Einstellungen. Ansonsten alles auf realistisch, Schaden ist auf schwer eingestellt. Muss also in der Boxengasse repariert werden. Ja, aber ich denke mal BOP an, Tuning aus, das sind erstmal die relevanten Dinge. Und ansonsten alles, so wie es sein sollte. Ist natürlich Blödsinn, weil man sich das immer aussuchen kann. Aber ich hoffe, ich habe die Frage damit beantworten können. Ansonsten frage ich nochmal gerne genauer nach. Ja, und wie gesagt, vielleicht für alle, die das erste Mal dabei sind. Der eine oder andere von euch guckt sich ja vielleicht auch die Aufzeichnung auf YouTube an. Dann natürlich auch herzlich willkommen. Und ja, die Masters-Serie findet alle 14 Tage Dienstag statt. Allerdings im Wechsel mit dem Community Cup. Also das heißt, jeden Dienstagabend gibt es irgendeine KBTV-Community-Meisterschaft. Und zumindest die aktuelle Saison ist, was die Einstellungen betrifft, sehr, sehr ähnlich. Mit aktiviertem BOP, mit deaktiviertem Tuning. Aber ansonsten schon Windschatten, Reifen-Grip und so weiter. Da alles auf realistisch, Schaden auf schwer. Also da gilt es ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ich kann allerdings auch mal kurz einen Blick noch hier auf Reifenverschleiß und Sprit werfen. Die Information habe ich natürlich auch. Wir fahren nämlich mit Reifenverschleiß 3 und Spritverbrauch 2. Plus zu Beginn kein voller Tank, sondern nur 30 Liter dabei. Ja, Hase. Oh, es verlässt mich gerade die Stimme. Entschuldigung. Liegt aber nicht an dir. Liegt an der mangelnden Feuchtigkeit im Hals. Das lösen wir mal ganz schnell und dann bin ich auch sofort wieder bei dir. Ja, also bitteschön und bei so einem Event unterstützt man natürlich immer gerne. Und man muss auch zugeben, es macht ja auch wirklich richtig viel Spaß. Es ist nicht nur für eine gute Sache jetzt hier am Wochenende für ein Kinderwerk. Ich hoffe, ich drücke das richtig aus. In Berlin, das eben auch Kinder dabei unterstützt. Zum Beispiel auch mit Geschenken versorgt. Vielleicht Kinder, Kinder und Familien, die vielleicht auch sozial ein bisschen benachteiligt sind. Also wirklich ganz tolle Projekte. Es gibt auch einen Instagram-Account, während Funky hier fast die Kiste wegschmeißt. Unter sdmel-ev auf Instagram findet ihr auch ein paar schöne Beispiele, ein paar schöne Fotos von der Organisation. Also das ist wirklich eine tolle Sache und für Kinder was Gutes tun. Ich glaube, das ist die leichteste Aufgabe, beziehungsweise da erwischt es definitiv nicht die Falsche. Gut, wir sind ganz frisch in Runde Nummer 8. Wir gehen auf jeden Fall das gesamte Feld nochmal durch. Ich mache es mir kurz gemütlich. Und dann starten wir in die verbleibenden 37,5 Minuten des Mastersrennen. Beim Eifelman auf der 1 hier auf, jetzt muss ich kurz überlegen, Platz Nummer 2 ins Rennen hineingestartet. Und ist gerade mit Abstand der Fahrer, der hier am längsten durchhält. Da kann man sich auch mal freuen, dass man im Fernsehen ist, ganz genau. 14,5 Sekunden Abstand auf die Verfolge. Aber wie gesagt, dürfte auch so ziemlich weitestgehend der Einzige jetzt sein, der jetzt noch nicht in der Box drin gewesen ist. Hält hier richtig, richtig lange durch. Ich muss auch sagen, dass der Reifenverschleiß noch erstaunlich gut aussieht. Okay, wie gesagt, wir beginnen hier nicht mit einem vollen Tank. Es sind nur 30 Liter an Bord. Somit schreit der Tank deutlich eher um Hilfe als die Reifen. Aber trotzdem, Reifenverschleiß sieht wirklich noch ordentlich aus. Selbst auf dieser sehr schnellen und dann doch auch sehr gummi-anspruchsvollen Strecke. Ganz komisches Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber der Tank läuft jetzt auf dem, oh, auf dem aller, allerletzten Tropfen. Da sehen wir keinerlei Anzeige mehr im Tank. Er fährt aber noch über 200, aber hallo, aber mit Rückenwind und Spucke hier noch in die Box reingerollt. Und wie gesagt, 14 bis 15 Sekunden Abstand auf die Verfolger. Jetzt wird es sehr interessant sein, wann der ehemalige, aber vermutlich, ja, da sehen wir es auch schon immer noch, erstplatzierte RCR Funky hier vorbeirauscht. Und Funky schiebt sich somit kurz vor dem Beginn von Runde 9 hier zurück auf die erste Position. Nach wie vor gefolgt von Green Bean, der mittlerweile 5,4 Sekunden dahinter hängt. Aber natürlich nach wie vor sehr, sehr stark unterwegs. PV Hero auf der 3, oh, hängt da tatsächlich noch ganz gut dran. 1,5, 1,6 Sekunden sind es da nur. Aber jetzt gucken wir auch mal ein bisschen auf den Tank. Ich gehe nochmal kurz zurück auf Green Bean. Okay, Green Bean hat richtig voll gemacht. Hat somit länger in der Box gestanden. Und wenn wir hier nochmal auf PV Hero, den Verfolger, wechseln, sehen wir, da ist der Tank nur noch dreiviertel voll. Nicht mal mehr. Somit wird sich der Abstand dann hier auch nochmal ein bisschen relativieren. Express hat sich, na siehste, wie sich's gehört, wieder auf den vierten Platz vorgearbeitet. Hat aber auch nur noch einen halbvollen Tank, war also ein bisschen früher an der Box. Und jetzt wird's dann doch nochmal ganz interessant zu sehen sein, wo der gute Daniel nämlich auftaucht. Im Moment noch deutlich weiter hinten, war aber eben sehr früh an der Box und hat sehr voll gemacht. Also wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass das hier auch die Reihenfolge ist, die wir in 35 Minuten, sobald die schwarz-weiß rakiert, karierte Flagge geschwenkt wird, dann hier die Fahrer noch in derselben Reihenfolge zu Gesicht bekommen. Patrick auf der 5. Das sieht gerade so langsam aus, ne? Ja, die Spazierfahrt durchs virtuelle Italien, aber es sind halt immerhin doch 210 Stundenkilometer. 9,4 Sekunden Abstand sind es auf Express. Express hat allerdings auch ein bisschen mehr Sprit an Bord, wird also tendenziell auch ein bisschen länger durchhalten. Also da wird es definitiv noch die ein oder andere Positionsveränderung und insbesondere natürlich auch ein paar Verschiebungen in den Abständen geben. 3,3 Sekunden dahinter haben wir Big Money auf der 6. Der fährt heute das Rennen seines Lebens. Also wirklich, wirklich klasse. Scheint auch ein bisschen früher in die Box gegangen zu sein. Nicht unbedingt die Reifen sehen noch sehr, sehr gut aus, aber er hat definitiv nicht vollgetankt. Aber wie gesagt, muss man ja auch nicht. Es kommt immer auf die Boxenstrategie an. Jetzt dann im Moment sogar auf 5. Also, Holler die Waldfee. Das läuft ja heute richtig. Schön zu sehen. Klasse. Eifelman auf der 6 im quasi Zweikampf mit CK. CK zwischendrin mal, ich glaube auf 13 gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat sich da jetzt zumindest ein bisschen vorarbeiten können. Eifelman wird hier auf jeden Fall noch eine ganze Weile durchhalten. Ganz frische Reifen auf den Felgen. Der Tank sieht auch noch gut gefüllt aus. Ja, und CK sieht mal, ist da schon die ein oder andere Runde länger unterwegs. Und wird definitiv auch hier nicht so lange durchhalten. Also, da wird spannend zu sehen sein, ob es CK gelingt sich hier in der verbleibenden guten halben Stunde, die uns hier noch bleibt, sich vielleicht noch den ein oder anderen Platz nach vorne zu arbeiten. Pramburi auf der 8. Hat sich, kurz zu überlegen, mit wem war Pramburi vorhin im Zweikampf? Ja, wenn ich es gar nicht erwähnt hätte, hätte vielleicht keiner gemerkt, dass ich es vergessen habe. Aber ist auch egal. Achter Platz für ihn. Und das ist ja bei 15 Fahrern dann fast Mittelfeld. Also, so langsam kehrte sie hier wieder zu alter Stärke zurück. Und da haben wir den Daniel, den wir die ganze Zeit vermisst haben. Wie gesagt, deutlich früh in die Box gegangen. Nochmal kurz ein bisschen Lack abreiben an der Betonmauer. Macht das Fahrzeug leichter. Und 0,6 Sekunden hinter Pramburi natürlich optimaler Windschattenbereich. Versucht sich da ein bisschen vorzuarbeiten. Aber wie gesagt, ja, ist natürlich so eine Geschichte. Ob die Takte jetzt tatsächlich aufgehen wird, ist in den ersten 4, 5 Runden des Rennens auf Position 4 gewesen, auf der Express jetzt zurückgekehrt ist. Aber wie gesagt, war sehr früh in der Box, hat sehr viel Sprit mitgenommen. Also, normalerweise müsste sich das jetzt über die nächsten Runden in den nächsten 10, 15 Minuten dann auch wieder ein bisschen relativieren. Wenn die anderen dann definitiv nochmal früher in die Box rein müssen. Das wird sehr interessant sein, ob sich die Taktik bezahlt macht. Denn er hängt jetzt eben auch im Verkehr fest. Das ist gerade so ein bisschen die Problematik. Deswegen, so ein Undercut kann durchaus mal die richtige Entscheidung sein. Aber du weißt dann eben auch in den folgenden Runden nie so richtig, was passiert dir auf der Strecke. Der Alfa Romeo sieht für einen Rennwagen irgendwie innen drin ziemlich langweilig aus, oder? Das ist ein spannenderes gesehen. Auf der 10 haben wir Menyabas. Ja, Menyabas ist heute leider auch nicht ganz fehlerfrei durchgekommen. Menyabas ist auch so ein Fahrer, mit dem muss man immer rechnen. Aber Menyabas rechnet manchmal auch mit der Strecke. Ja, das hätte man. Egal. Menyabas ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man durchaus immer in der vorderen Hälfte des Fahrerfelds auch am Ende finden kann. Aber manchmal ist er immer so ein Tag dabei, da läuft es dann nicht ganz so gut. Heute kann sich das Ganze noch in beide Richtungen ausschlagen. Im Moment ist es Platz 10 von 15. Der Einschlag vor ihm, der leichte Schaden an der Front, der hat ihm dann auf jeden Fall Zeit gekostet. Aber im Moment sehr wacker unterwegs. Das wird schon. Auf der 11 Tobi Kenobi. Ja, würde sich freuen, wenn er auf der Position von Menyabas unterwegs wäre. Oh, da sehen wir es auch. Hat auch einen Frontschaden an Bord. Frontflügel beschädigt. Aufhängung vorne links hat es ebenfalls erwischt. Das heißt, ja, nicht dramatisch, aber führt nicht unbedingt dazu, dass man das Fahrzeug besser kontrollieren kann. Ja, anscheinend noch gut genug für ihn, hier nicht in die Box reinzufahren. Zieht es durch und kann man machen. Das ist wirklich nicht dramatisch, denn so ein Boxenstopp kostet wirklich, wirklich viel, viel Zeit, je nach Strecke auch. Aber das können durchaus mal 15, 20 Sekunden sein, die natürlich dann auch wieder unaufholbar sind. Und mit so ein bisschen wackelten Vorderachsen kommt man dann zumindest noch einigermaßen in die Runde. Ja, man wird hier vermutlich keinen neuen Rundenrekord aufstellen, aber das geht ganz gut. Und mir gefällt die Nummerntafel ausgesprochen gut. Das ist schön. Er hat hier eine Friedermasters-Nummerntafel gebastelt. Das sind ja so kleine Details, die ich mag. Ja, quasi sein Lieblingsdesign aus Auto gepackt, aber trotzdem die Friedermasters untergebracht. Das finde ich nett. Nettes Detail. KBTV, Patrick. Auf Position Nummer 12. Boah, so langsam sehen wir dann den einen oder anderen, der Schritt für Schritt in die Einsamkeit fährt. Kenobi kann er da zwar immer mal wieder am Streckenende erblicken, aber 5,2 Sekunden sind es dann leider doch schon. Nach hinten sieht es dafür umso spannender aus. 11,1, 11,2 Sekunden auf Verfolger Empe. Den guten haben wir hier mit dem coolsten Eisbären, seit es Eisbären gibt. Und ich mag das, die Sonnenbrille steht dem Eisbär ausgesprochen gut. Das habe ich dir auch schon mal gesagt, lieber Mike. Das kann man machen. Der Alfa Romeo kämpft sich hier auf jeden Fall tapfer über Sardinia. Mike mit ihm. Die fast 12 Sekunden auf Patrick, die werden natürlich ganz, ganz schwer zu knacken sein. Auch hier sehen wir einen Frontschaden. Also Sardinia, ja, wie gesagt, an sich natürlich eine sehr breite Strecke, aber eben auch eine sehr schnelle und links und rechts keine oder sehr wenige Auslaufzonen. Die Leitplanken, die Betonmauern, die holen sich ihre Opfer sehr, sehr schnell. Aber auch er zieht es durch. So dramatisch scheint es somit nicht zu sein. Aber den ein oder anderen Blechschaden haben wir heute hier schon zu Gesicht bekommen. Mike auf der 14. Gerade bei Start und Ziel frisch in die 13. Runde hineingestartet. 28 Minuten haben wir noch vor uns. Und er sieht aber erst mal niemanden vor sich. 9,8 Sekunden sind es auf Empe. Vielleicht mal als kleiner, dunkler Punkt am Horizont. Hinter ihm sieht es noch düsterer aus. Da kann man auch mal das Gefühl werden oder kriegen, man wäre alleine auf der Strecke unterwegs. Aber so ist es nicht. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Paintball. Ja, schade. Da hat auch Goofy oder haben Goofy und Donald Duck leider nichts geholfen. Die lachen sogar ziemlich blöd. Ja, wohl, Donald hat tatsächlich passend zur Situation einen Blick auf dem Gesicht. Und Goofy verzeihen wir zu ziemlich alles, was er macht. Ja, die haben schon ein bisschen einiges an Kratzern hier abbekommen heute. Nichtsdestotrotz, so ein Kai lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Ich sage es an der Stelle nochmal. Ich finde den Renault Sport RS01 wirklich echt eine schicke Kiste. Aber Kai, Renault und Sardinia, die vertragen sich heute irgendwie nicht. Obwohl, muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, das war natürlich vorhin in den ersten Runden des Rennens einfach sehr unglücklich. Normalerweise wäre der Kai jetzt hier nicht auf Position Nummer 15, aber er musste ausweichen. Und dann hat es ihn direkt danach nochmal erwischt. Sehr unglücklicher Rennstart. Das führt jetzt leider zu einem bisschen zähen Rennen. Aber es sind nur noch 26,5 Minuten. Durchhalten, du schaffst das. Somit sind wir sie auch alle 15 wieder durchspringen. Einmal zurück an die Spitze und dort sehen wir eine schwarze Flunder ohne jegliche Konkurrenz. Ob es tatsächlich so ist, wie die Abstände genau aussehen und vor allem wie die reifen Mischungen und Spritzzustände der Verfolger aussehen, das gucken wir uns an, nachdem ich kurz eine Erfrischung zu mir genommen habe. Und Ashisu, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Wie gesagt, gib mir 15 Sekunden. Ich bin sofort wieder da. Es ist immer wieder faszinierend, wie viel Flüssigkeit man verliert alleine durchs Quatschen. Aber es macht ja auch Spaß. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind in Runde Nummer 15. 25,5 Minuten vor Ende des Rennens. Wir werden gleich auch nochmal, das können wir jetzt dann eigentlich auch mal machen, einen Blick in die Tabelle werfen. Wir gehen das komplette 15-Fahrer-Stagefeld auf jeden Fall nochmal durch und schauen uns an, wer sich denn nach den ersten vier Rennen der Saison im Moment auf welcher Position eingegroovt hat. Schauen wir mal, wie sie heute unterwegs sind und werfen mal einen Blick in die Glaskugel, was das hier bis zum Saisonende noch werden könnte. Wie gesagt, Funky im Citroën-Raumschiff auf Position 1, Nummerwegs. Und, ja, 13,5 Sekunden. Gibt schlimmere Schicksale. Das sieht erstmal sehr, sehr gut für ihn aus. Heute anscheinend außer Konkurrenz unterwegs, obwohl wir dann fairerweise auch nochmal bei den Verfolgern nachgucken müssen, wie es da mit dem Sprit aussieht. Kann natürlich auch sein, dass Funky hier demnächst so und so nochmal rein muss. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon. Funky, also wie gesagt, aktuell 24 Minuten oder 24,5 vor Ende des Rennens auf Position 1 unterwegs und auch aktueller Tabellenführer mit 106 Punkten nach 4 von 6 Rennen auf Position Nummer 1. KBTV Express auf der 2 hat sich davor geschoben, ist Reifenverschleiß und Sprittechnisch sehr ähnlich unterwegs wie Funky, also aufholen ist da definitiv nicht angesagt. Express aktuell siebter der Gesamttabelle, ist allerdings auch erst zwei Rennen gefahren. Das ist jetzt sein dreites Rennen, sein dreites Rennen, ganz genau so sagt man das. Und im Moment ist er definitiv auf Punktekurs. PV Hero hier direkt im Windschatten unterwegs, versucht ihm die Punkte natürlich zu klauen, hat noch kein Rennen in dieser Friedham Masters Saison bestritten. Ich glaube im Community Cup haben wir ihn schon gesehen, deswegen sein erstes Rennen. Und es geht somit hier, was für ein Überholmanöver. Ich habe gerade gar nicht hingeguckt, ich muss jetzt gleich nochmal die Wiederholung gehen. Ich habe es gerade nicht gesehen, weil ich auf die Tabelle geguckt habe. Das ist ja richtig, richtig stark. Ich wollte gerade sagen, hier geht es nicht mehr irgendwie um die Gesamttabelle, hier geht es einfach um ein schönes Rennen heute und das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Okay, einfach gut herangesaugt, vorbeigezogen, klasse gemacht, wie aus dem Simracing Lehrbuch. Fantastisch und jetzt habe ich es auch gesehen. Also, Positionswechsel auf 2 und 3, da lassen sich die beiden nicht lumpen. Wir springen auf Position Nummer 4, Greenbean als Zweiter hier ins Rennen reingestartet. Ja, und hier sehen wir es. Es sind 27,5 Sekunden auf die Spitze, nur in Anführungsstrichen 13 Sekunden auf die Top 2. Drei-Fahrer da vorne, aber eben auch jetzt relativ frisch in der Box drin gewesen und noch einen relativ gut gefüllten Tank. Die anderen da vorne müssen also definitiv nochmal in die Box. Da werden sich die Abstände also definitiv nochmal ein wenig verändern. Greenbean in dieser Saison auch noch nicht mit dabei gewesen. Hier geht es also auch nicht irgendwie noch darum, sich groß in der Tabelle nach vorne zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, mit so einem Ergebnis, wenn es dabei bleibt, kann man sich auch so, auch mal mit einem oder vielleicht zwei Rennen, eines haben wir ja in dieser Saison noch, dann durchaus auch nochmal ein bisschen nach oben schieben. Und wenn nicht, ist auch egal, denn dabei sein ist alles. Es geht ja darum, eine gute Zeit zu haben. Eifelman auf der 5. Versucht er tapfer mit Greenbean mitzuhalten. Klappt so einigermaßen. 2,3 Sekunden sind es dann aber immerhin doch. Eifelman in der Masters-Saison ebenfalls noch nicht am Start gewesen, auch noch nicht in den Punkten vorhanden. Somit auch ein bisschen in Anführungsstrichen außer Konkurrenz unterwegs. Aber aktuell Platz Nummer 4. Das sieht sehr, sehr ordentlich aus. CK auf der 5. Ja, und bei dem könnte noch was gehen. CK ist nämlich tatsächlich aktuell zweitplatziert an der Gesamttabelle. Mit 90 Punkten, genau 16 Punkte hinter dem führenden Funky. Aber heute, ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Aber heute scheint er da irgendwie nicht so reingekommen zu sein. Ich war auch nicht von Anfang an in der Qualifikation dabei. Vielleicht auch erst sehr spät reingekommen, konnte keine Qualifikationszeit mehr hinlegen. Aktuell auf Position Nummer 5 unterwegs. Das wird sich aber wieder relativieren. Der Tank schreit so langsam aber sicher um Hilfe. Dort kündigt sich also der nächste Boxenstopp an. Und die Reifen sind auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Also, hier wird es vermutlich auch für ihn jetzt hier nicht groß um die Punkte gehen heute. Aber ich wiederhole es gerne nochmal. Es zählen nur vier. Der insgesamt ist sechs Saisonrennen. Es gibt zwei Streichergebnisse. Die beiden schwächsten Ergebnisse werden einfach rausgestrichen. Und es sieht ganz schwer danach aus, dass das heute für den guten Chris dieses Rennen sein wird. Und Menyabas auf der 6. Versucht sich da im Windschatten zu halten. Ja, Windschattenbereich beginnt so bei 0,8 Sekunden. Jetzt sind wir bei knapp 0,9. Also so ganz reicht es nicht. Menyabas auf Position 16 der Gesamttabelle. Hat aber auch nur ein Rennen bestritten. Also auch hier geht es einfach um den Spaß durchzuhalten und irgendwie hier am Rücken von CK kleben zu bleiben. Kamburi. Kurzer Blick auf die Tabelle. Ja, war tatsächlich bisher in allen Rennen dabei und ist, man höre, auf dem fünften Platz der Gesamttabelle. Insgesamt 64 Punkte. Damit, wie gesagt, Platz Nummer 5. Sehr, sehr ordentlich. Nicht aktuell hier auf 7 unterwegs. Aber auch von unserem rasenden Robert kennen wir das ganz gut. Ja, Menyabas ist anscheinend noch mal ein bisschen in den Schmutz rausgekommen. Kennen wir das ganz gut, dass er sich dann gerade Richtung Ende des Rennens nochmal gerne 1, 2 Positionen nach vorne schiebt. Den ein oder anderen Trick zieht er da mal aus der Kiste. Auf der 8 haben wir unseren Patrick. Patrick. In der aktuellen Masters-Saison auch noch nicht mit dabei gewesen. Ja, das wird die Fahrer da vorne, die quasi noch um das Treppchen der Gesamtsaison kämpfen, auch ein bisschen beruhigen. Dass nicht alle, die hier heute auf dem virtuellen Asphalt unterwegs sind, ihn noch ernsthaft gefährlich werden können. Aber gefährlich ist ja sowieso keiner. Wir haben uns ja alle so lieb. P.V. Hero anscheinend zwischendurch ist noch mal eine Box drin gewesen. Somit für den Moment zurück auf 9 gefallen. Daniel. Ja, was macht Daniel? Daniel auf 10 unterwegs. Wie gesagt, war es tatsächlich nur der Untercut, der ihn jetzt so viele Plätze nach hinten geworfen hat. Ist noch irgendetwas anderes gewesen, dass er mit der Kamera nicht einfangen konnte. Also so ein paar Kratzer kann man dann da vorne dann doch entdecken. Also da kann natürlich durchaus mal der ein oder andere Einschlag auch gewesen sein. Daniel kämpft hier aber tatsächlich oben auch noch mit. Aktuell viertplatzierter der Gesamtplatzierung, beziehungsweise Tabelle, sucht es euch aus, mit 68 Punkten. Ja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Empe auf der 11. 18 Sekunden entfernt. Ist die Frage, schleppt ihr hier immer noch so einen alten Schaden mit sich rum? Vermutlich, oder ist es ein frischer? Aber die Reifen sehen schon sehr abgenutzt aus. Der Tank wird so langsam, aber sicher leer. Das heißt, er hat es wahrscheinlich einfach durchgezogen. Das kostet natürlich ein bisschen Pace. Aber er kämpft sich tapfer über den italienischen Asphalt. Aktuell auf Platz Nummer 11 und 18 Minuten haben wir noch vor uns. Empe aktuell auf Tabellenplatz Nummer 11. Mit 34 Punkten ist erst in Anführungsstrichen drei Rennen gefahren. Somit ist es heute sein vierter Lauf. Also kriegt er somit vier Saisonläufe auf jeden Fall noch voll. Und wie gesagt, in zwei Wochen gibt es ja auch nochmal die Chance im Saisonfinale. Vorbeigezogen sind in diesem Moment somit zum einen Big Money, der heute wirklich ein sehr ordentliches Rennen hinlegt. Money, sein drittes Rennen der Masters Saison. Aktuell Platz 14 der Gesamtplatzierung mit 16 Punkten. Und je nachdem, wie sich die Fahrer, die zehn, die im Moment hier vor ihm sind, noch anstellen, könnte das eventuell auch für den einen oder anderen Punkt heute sorgen. Schauen wir mal. Sehr gespannt. Sehr ordentliches Rennen heute. Weiter so. Paintball auf der 12. Haben wir gesehen. Heute leider schon ein bisschen gebeutelt gewesen. Die schöne neue Lackierung konnte da leider auch nicht helfen. Und ich finde es schön. Sehr minimalistisch. Sehr einfach und effizient gemacht mit der französischen und italienischen Flagge. Sie einfach so einmal über die Karosserie zu ziehen. Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr charmante Idee. Mit einfachen Mitteln viel erreicht. Paintball im Moment auf Platz Nummer 12 der Gesamttabelle. Und zwar punktgleich mit Santorio und Rico mit 26. Tobi Kenobi im Moment auf die 13. Oh, auf die 13 zurückgefallen. Ja, war sehr frisch in der Box. Hat noch einen gut vollen Tank. Und da steckt sie wieder ein. Er hat bereits Front- und Heckschaden. Das wird vermutlich jetzt auch nicht besser, wenn man noch öfters in die Banden reinfährt. Leider harter Kampf heute für ihn. Schade, schade, schade. Haben wir auch schon einige Plätze weiter vorne gesehen. Aber das Fahrzeug ist tapfer. Es lässt es sich kaum anmerken. Und die Boxen-Crew freut sich auf eine Nachtschicht heute Abend. Tobi Kenobi ebenfalls in seinem ersten Masters-Rennen heute. Schön, dass du dabei bist. Siehst du. Und die Crew ist auch schon bereit. So, Empire of the 14 hatten wir bereits Mike. Über Mike haben wir zumindest im Zuge der Gesamt-Tabelle noch nicht gesprochen. Aktuell hier auf 15 unterwegs. Tut sich heute auch ein bisschen schwer. Auf Platz Nummer 6 der Gesamt-Tabelle mit 52 Zählern kann mehr. Das weiß er. Das wissen wir alle. Aber heute findet er irgendwie nicht so richtig in seinen Flow. Und das wird sich vermutlich in der letzten Viertelstunde des Rennens jetzt auch nicht entscheidend ändern. Aber macht nichts. Mit dem Feuerball geht's weiter in Runde Nummer 20. Wir springen zurück an die Spitze und dort hatten wir einen Führungswechsel und werden jetzt einmal ganz genau hinschauen. Wie gesagt, knappe 15 Minuten sind es noch. Das heißt, so langsam aber sicher werden wir mal einen genaueren Blick auf den Reifenverschleiß und auf den Spritverbrauch werfen. Und einen Blick in die Galaskugel werfen, wie dieses Rennen hier ausgehen könnte. Green Beam von 2 ins Rennen hineingestartet. Zwischendrin nochmal ein, zwei Plätze zurückgefallen. Aber nach wie vor sehr stark unterwegs. Und der Vollständigkeit halber mit der schnellsten Runde des Rennens eine 1,39,905 hier auf den virtuellen Asphalt gezaubert. Und ansonsten jetzt insbesondere in den letzten Runden auch sehr konstante 1,40er Rundenzeiten. Und wie gesagt, jetzt gucken wir mal bei den Verfolgern ein bisschen genauer hin. Green Beam, ja, so langsam mit Reifenverschleiß, gut abgefangen. Der Tank knapp halb voll und jetzt schauen wir mal, was dahinter so los ist. Eifelman auf der 2, auch immer auf einem der vorderen Plätze zu rechnen. Ja, Reifenverschleiß, sehr ähnlich wie bei Vordermann Green Beam, aber deutlich weniger Sprit an Bord. Das heißt, aus den knappen 9 Sekunden Abstand zum Führenden wird dann tendenziell noch mehr werden, weil wir hier definitiv nochmal einen zusätzlichen Boxenstop zu Gesicht bekommen, während ich mir beim führenden Green Beam nicht mehr so ganz sicher bin. Da ist es auch schon soweit. Funky zieht somit hier zurück auf Position Nummer 2. Ich wollte gerade sagen, dicht gefolgt vom Mike, aber hier handelt es sich um zwei Fahrzeuge in unterschiedlichen Runden. Somit Funky auf Verfolgungstour auf Green Beam. Und das könnte, beziehungsweise sollte ihm wahrscheinlich sogar gelingen. Es sind zwar starke 12 Sekunden Abstand zwischen Position 1 und 2, aber Funky war ganz frisch in der Box und hat jetzt einen gut halbvollen Tank. Das heißt, er wird in diesem Rennen nicht mehr in der Box rein müssen. Wie sieht es beim führenden Green Beam aus? Ja, wird eine enge Geschichte mit ein bisschen Spritmanagement. Und wenn es ihm nichts ausmacht, dass er irgendwann auf den Felgen fährt, könnte das noch was werden. Das wird eine richtig enge Geschichte, aber ganz ehrlich, bei 12 Sekunden Abstand zum Hintermann könnte das tatsächlich eine riskante Strategie sein, die es eventuell wert ist. Schauen wir mal, das könnte vom Sprit sehr eng werden. Wir dürfen gespannt sein. Also, Funky muss da, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen ist, noch um den Sieg zittern. Jetzt muss er sich aber erst mal durch den Verkehr kämpfen. Das hält natürlich auch noch mal ein bisschen auf. Green Beam wird es freuen. Unwissenderweise, also ist die Frage, wie schnell kann er hier an den Fahrzeugen vorbeikommen. Die blauen Flaggen werden auf jeden Fall fleißigst gewunken. Die Frage ist, ob sie auch gesehen werden. Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Und das kostet Funky jetzt definitiv Zeit. Also, das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Die blauen Flaggen, darauf achten. Die werden auch angezeigt. Das bedeutet, Verfolgerfahrzeug bei der nächsten Gelegenheit vorbeilassen. Ich denke, jetzt sollte sich das auch organisch erledigen lassen. Aus dem Windschatten heraus. Ja, klar, es macht natürlich Spaß und Zweikampf. Aber, wie gesagt, Funky befindet sich in der schnelleren Runde. Dann muss man ihn auch einfach mal ziehen lassen. Jetzt hat er sich ganz natürlich vorbeigearbeitet. Ja, es sind nach wie vor zum Glück nicht so viel Zeit verloren. Immer noch knapp 12 Sekunden Abstand auf Green Beam. Konnte da also jetzt keinen riesengroßen Folter draus ziehen. Also, das wird sehr spannend, wer hier über 1 oder auf 1 und 2 über Start und Ziel gehen wird. Ah, Einschlag. Einschlag. Das dürfte, wenn ich es richtig gesehen habe, Painball gewesen sein. Ganz genau. Dann gehen wir nochmal 13 Sekunden zurück. Gucken uns das an. Auch wenn es vielleicht keiner sehen will. Insbesondere der gute Kai nicht. Ah, weiter rausgekommen. In den Schmutz beschleunigt. Das mag der Hecktriebler gar nicht. Gedreht und rein in die Bande. Ah, ist das bitter. Das ist heute gar nicht sein Abend. Wie sieht es mit dem Schaden aus? Ja, natürlich Frontschaden. Es war nur eine relativ einfache Berührung. Also von dem her wahrscheinlich nicht dramatisch. Aber das ist ein harter Ritt heute. Nun gut, wir gehen zurück an die Spitze. Über Green Beam und Funky auf 1 und 2 haben wir schon geredet. Sehr spannend, wie das Rennen hier ausgehen wird. Und wir gehen auf die aktuelle Bronzeplatzierung. Express auf der 3 unterwegs. Wird ebenfalls nicht mehr in die Box sein müssen. Die 14 Sekunden auf Funky werden sich natürlich, würde ich jetzt in der Konstellation einfach mal behaupten, auf keinen Fall mehr aufholen lassen. Wie gesagt, wird es doch relativ spannend, was mit Green Beam da vorne passiert. Aber der dritte Platz sollte unserem rasenden Steffen zumindest einigermaßen sicher sein. Wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen. Aber das sieht sehr, sehr gut aus, was er hier im Moment macht. Und auch die 8,8 Sekunden auf Daniel sehen alles andere als schlecht aus. Daniel hat sich dann somit dann doch nach vorne arbeiten können, aber nein. Also mal abgesehen davon, dass das hier eben gerade lebensmüde war, muss er nochmal in die Box. Er muss nochmal in die Box, das heißt, er wird deutlich zurückfallen. Also der Kratzer, den wir da vorne sehen, hat dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Bedeutung gehabt, vermute ich mal. Ja, ja, das scheint dann schon ein ordentlicher Einschlag gewesen zu sein. Also wie gesagt, wird um einen weiteren Boxenstopp, auch wenn es keine 10 Minuten mehr sind, nicht drumherum kommen. Wird da definitiv nochmal ein paar Plätze zurückrutschen. Sehr, sehr schade. Und Eifelman Holladiewaldfee setzt ihn hier unter Druck. Und als wenn der Abstand nicht schon eng genug wäre, kommt auch noch die Lichthupe dazu. Das macht es nicht unbedingt entspannter. Aber Eifelman hier vorbeigezogen, ja, hat jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel am Sprit an Bord, dürfte aber für die restlichen 9 Minuten reichen. Die Reifen sehen auch gut aus. Also Daniel, der anscheinend ein bisschen Unglück gehabt, sich dann auch noch ein bisschen verkalkuliert. Wird da auf jeden Fall nochmal ein paar Positionen nach hinten rutschen. Aber für Eifelman sieht es sehr gut aus, wenngleich die 9,3 Sekunden auf Express vermutlich nicht mehr aufzuholen sein werden, ja. Und Daniel lässt die Funken sprühen. Wir springen auf Position Nummer 6 PV Hero. Kann sich da im vorderen Mittelfeld oder in der vorderen Hälfte des Feldes ganz gut behaupten. Die Reifen werden in den letzten Runden des Rennens auf jeden Fall jetzt sukzessive abbauen und nochmal ein bisschen anstrengend werden. Vom Sprit her sieht es recht entspannt aus. 1,7 Sekunden auf Daniel. Den wird da auf jeden Fall noch knacken, weil er ja wie gesagt Vordermann nochmal in die Box rein muss. Da kann auch einmal leichter hinterher wegrutschen. Alles nicht dramatisch. So, dahinter sehen wir zwar Mike, aber zu dem kommen wir gleich noch, da er sich in einer anderen Runde befindet. Wir springen 16,5 Sekunden nach hinten auf die 7. Und hier ist tatsächlich nochmal richtig eng auf 7, 8, 9. Menjabas, C.K. Patrick hier im unter eine halbe Sekunde Bereich unterwegs. Also nochmal hier ein schönes knappes Trio auf den letzten Metern des Rennens. Knapp 8 Minuten haben wir noch. Und schön zu sehen, dass sich dann das Feld auf dieser relativ langen und schnellen Strecke dann noch nicht so weit auseinandergezogen hat. Also enge Geschichte, zwei Peugeots und ein Alfa Romeo hier im Dreikampf am Ende von Start und Ziel. Und da bleibt es nicht bei einem Überholmanöver. Ah, Patrick versucht es noch, aber da hat es für ihn hier definitiv noch nicht gereicht. Wir gucken uns das einmal aus der Cockpit-Perspektive von Patrick an, auch wenn wir zugegebenermaßen nicht allzu viel sehen. Aber C.K. hat sich in dem Moment auf Position Nummer 6 vorgeschoben. Menjabas auf 7, aber auch Patrick braucht noch lange nicht aufzugeben. Gucken wir uns auch nochmal die Reifen und den Sprit der 3 an. Bei C.K. sieht es relativ entspannt aus, obwohl man diesen Dreikampf hier gerade definitiv nicht als entspannt bezeichnen kann. Führt das Trio im Moment an, das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Also richtig schönes, enges Racing hier von den Dreien. Das macht nicht nur zum Zuschauen Spaß und dann definitiv auch zum Mitfahren. Menjabas wird das Rennen ebenfalls problemlos bis zum Ende durchziehen können. Bei Patrick sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Ah, also die 3 hier absolut auf Augenhöhe unterwegs. Jetzt gilt es eben auf den letzten Metern in 6, 6,5 Minuten, den letzten 6,5 Minuten hier die Konzentration noch ein bisschen hoch zu halten. Schönes Racing hier am Ende. Also Platz 6, 7, 8 werden wir uns merken. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Bamburi, ja, würde aus dem Trio gerne ein Quartett machen, aber es sind noch 1,8 Sekunden. Kann da auch noch mitmischen. Schade, hat sich da irgendwo auch nochmal einen Frontschaden eingesackt. Das hat somit dann auch noch ein bisschen Kraft gekostet. Oh, Patrick ist da nochmal weggerutscht, wenn wir das richtig gesehen haben. Und zack, wird da doch ein Quartett raus. Ist da rausgerutscht, das hat richtig Zeit gekostet. Das heißt, die Gelegenheit für Menjabas und CK da vorne wegzuziehen und somit nun Zweikampf zwischen Patrick und Bamburi. Obwohl, da sind es plötzlich auch wieder 0,9 Sekunden. So schnell kann es gehen. Auf der 10, Daniel, somit jetzt noch in einem schnellen Boxenstop kurz vor Ende des Runden Rennen. Runde. Okay, funktioniert langsam nicht mehr. Kurz vor Ende des Rennens hier nochmal in der Pit drinnen gewesen. Ja, Platz Nummer 10. Fünfeinhalb Minuten. Vielleicht arbeitet er sich da nochmal an Bamburi ran. Aber es wird eine enge Geschichte. Das wird auf jeden Fall nicht sein zufriedenstellendstes Ergebnis. Zumindest nicht in dieser Saison. Manni auf der 11. Da hat zwar noch ein bisschen zurückgefallen, aber 11 von 15. Das sieht doch auch ganz ordentlich aus. Ja, den einen oder anderen Kratzer sehen wir da auch an der Lackierung. Vielleicht sind das bloß komische Spiegelungen. Und der gute Big Money hat da auch schon mal die Ehrenrunde mit eingeplant, was die Betankung angeht. Also hat er extra noch ein bisschen Sicherheitssprit mit dabei. Sicher, sicher. Vielleicht waren auch alle vor ihm einfach nur zu dämlich. Und am Ende ist er der lachende Elfte. Gut so. Weiter so. Empe auf der 12. Ja. Wird auch die letzten 4,5 Minuten problemlos durchhalten. Sogar ein bisschen viel Sprit mit dabei. Tobi, Kenobi, ja, hat es ja leider mehrere Male gebeutelt. Und hat sich somit jetzt erstmal auf Position 13 zementiert. Da wird sich vermutlich auch nicht mehr allzu viel bewegen. Paintball auf der 14. Richtig böse gebeutelt heute. Definitiv nicht sein Tag und seine Strecke. Und Mike steht an der Box, lässt reparieren. Oder stellt einfach ab. Und lässt sich ein frisches Kaltgetränk kommen. Könnte ich gut nachvollziehen. Gut. Somit gehen wir zurück an die Spitze. 4 Minuten vor Ende des Rennens, Ladies and Gentlemen. Und jetzt gucken wir einmal sehr genau hin. Und es ist tatsächlich wie vermutet. Green Beam zieht es durch. Der Sprit wird ihm reichen. Wir haben noch, wie gesagt, knapp 4 Minuten Rundenzeiten von 1,40. Das heißt, nach Adam Riese, Pi mal Daumen. Es sind auf jeden Fall noch 2 Runden. Green Beam startet jetzt ganz frisch in Runde Nummer 28. 3,5 Minuten vor Ende des Rennens. Ja. Es sind noch 2 Runden. Und der Sprit dürfte wirklich bis auf den letzten Tropfen genau dafür reichen. Aber die Reifen werden unangenehmer und unangenehmer. Da ist bald nicht mehr allzu viel Gummi übrig. Das wird richtig rutschig und unangenehm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, mit 12 Sekunden. Jetzt sind es dann nur noch in Anführungsstrichen 11. Lässt sich das aber auch ganz gut ertragen, wenn man jetzt noch ein bisschen die Konzentration hält. Jetzt müssen keine Rekorde mehr aufgestellt werden. Er ist jetzt auch schon seit einigen Runden von 1,40 Rundenzeiten auf 1,41 zurückgerutscht. Aber im Moment scheint sich die Taktik zu lohnen. 1,5 Runden sind es noch. Schauen wir mal, ob er es durchhält. Aber das sieht sehr, sehr gut für ihn aus. Ja, der Abstand zu Funky wird geringer. Aber der wird sich vermutlich innerhalb von 2 oder 1,5 Runden, die es jetzt nur noch sind, vermutlich nicht um 11 Sekunden reduzieren. Also von dem her sehr interessante taktische Entscheidung mit sehr viel Risiko. Aber sie scheint wirklich aufzugehen. Tabellenführer Funky kann somit leider jetzt in diesem Rennen, so wie es aussieht, nicht den vollen Zähler mitnehmen. Wird vermutlich trotzdem nicht traurig sein. Aber ganz stark von Green Beam da vorne gemacht. CEO auf Traubeminze, willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du reinschaust. Und soweit geht es ganz gut. Wir haben ein schönes Rennen und was jetzt auch in den letzten 2 Minuten tatsächlich bis auf den letzten Meter spannend bleibt. So wie es sein soll, so wie es bestellt ist. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Express auf der 3. Ja, wie gesagt, 17,5 Sekunden, da wird nicht viel passieren. Aber auch die 9,5 nach hinten sind relativ entspannt. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zu unserem lustigen Trio dahinter und gucken, ob es noch eins ist. CK und Menjabas auf 6 und 7. Ja, so richtig eng ist es dann doch nicht mehr. Ist natürlich auch schwierig, so einen engen Kampf hier über mehrere Runden durchzuhalten. Trotzdem ist hier der Drops noch nicht gelutscht. Eine Sekunde zwischen Position 6 und 7. Das kann sich natürlich auch ganz schnell wieder verändern. Aber CK sich dann trotzdem noch schön durchs Feld durchgekämpft. Und auch Menjabas, den wir hier im roten Beugeot sehen, hat sich stabilisiert. Und kann, glaube ich, mit Position 7 hier wirklich sehr zufrieden sein. Pamburi hat sich auf Position 8 vorgeschoben. Nachdem Daniel hier nochmal zurückgefallen ist, beziehungsweise muss man anders sagen. Pamburi ist an Patrick vorbeigegangen. Patrick hat tatsächlich hier den 8. Platz hergegeben. Das haben wir nicht in der Kamera eingefangen. Und Daniel haben wir ja gesehen, war nochmal in der Box, war auf 10 zurückgefallen. Somit zumindest keine größeren Überraschungen. Wir haben noch 47, 46, 45 Sekunden, bis das Rennen offiziell beendet ist. Und wir sind somit, oh, das wird eine knappe Geschichte. Das wird eine knappe Geschichte. 35 Sekunden, es sind aber nur noch eineinhalb Kurven bis Start und Ziel. Wird Green Bean jetzt hier tatsächlich noch die 30. Runde eröffnen? Obwohl, kann er ja machen. Kann er ja machen. Auch egal, ob ihm der Sprit ausgeht. Denn Verfolger Funky wird es definitiv nicht in Runde Nummer 30 schaffen. Vielleicht lässt er ihn jetzt einfach auch ausrollen. Auch das könnt ihr jetzt ganz entspannt machen. 13, 12, 11, 10. Er eröffnet Runde Nummer 30. 6, 5, 4. Da kommt Funky. Und das ist das offizielle Ende des Rennens, ladies and gentlemen. Funky somit erster offizieller Beender dieses Rennens. Auf einem sehr guten zweiten Platz. Herzlich willkommen. Dann Green Beam schon mal, auch wenn wir ihn gleich nochmal auf dem Schirm haben werden. Somit das Rennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Express auch mit einer richtig starken Leistung. Platz Nummer 3 erfahren. Auch wenn es leider nicht der vierte war. Es tut mir sehr leid. Klasse gemacht. Eiffel Man auch mit einem sehr starken Lauf. Platz Nummer 4. Mehr als verdient. Bisschen zu früh von der Kamera. Es tut mir leid. Und Mike ist da noch. Mike ist da ein bisschen weiter hinten noch ins Ziel gekommen. Sehen wir dann gleich nochmal. Oh, und hier wird es tatsächlich nochmal, naja, so knapp und dramatisch dann auch nicht mehr. Auf den Plätzen 5, 6 und 7. PV Hero hat sich hier nämlich noch dazwischen geschoben. Beziehungsweise CK hat sich an PV Hero noch vorbeigearbeitet. Holt sich tatsächlich unglaublich hier noch den fünften Platz. Richtig stark. Und Menjabas mit 0,005 Sekunden über Start und Ziel. Und ich vermute mal, nein, ihm ist nicht der Sprit ausgegangen. Es sähe erst so aus. Nein, PV Hero hat sich hier nochmal einen Schaden eingefangen. Also, starke Geschichte. Zumindest für die Männer, die ihn noch überholt haben. Bramburi auf der 8. Kann, glaube ich, auch zufrieden sein. Patrick lässt es gemütlich angehen auf Position Nummer 10. Daniel freut sich auch über den 10. Willkommen im Ziel. Big Money auf Position Nummer 11. Hier ebenfalls auf den letzten Metern. Welcome und Empe, Tobi Kenobi, Paintball und Mike auf den Plätzen 12 bis 15 bereits im Ziel. So, Ladies and Gentlemen. Schönes, schönes Finale, aber auch ein richtig tolles Rennen, was sicherlich natürlich auch daran gelegen hat, dass wir heute ein richtig tolles, volles Fahrerfeld hatten. Also, das hat wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen, zu kommentieren. Also, ob es zuschauen Spaß gemacht hat, das könnt ihr mir natürlich am besten sagen. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Das war es dann auch schon wieder, unsere GT-Sport-Runde am Dienstagabend. Ich danke mich vielmals fürs Reinschauen. Also, natürlich für alle, die live mit dabei gewesen sind. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Danke auch an alle, die sich die Aufzeige auf YouTube gegönnt haben. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft, dem Projekt sichtbarer zu werden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, und für heute war es das jetzt erstmal. Aber ich kann euch sagen, die Woche, beziehungsweise das Wochenende, ist voll bis unters Dach. Dieses Wochenende kommen noch drei Livestreams. Und zwar alle drei am Sonntag. Und zwar um 14 Uhr und um 16.30 Uhr am kommenden Sonntag zwei Rennen des großen Schenk doch mal ein Lächeln e.V. Spenden-Events von CT Meister und Friends. Dort wird es zwei schöne Rennen zu Gesicht zu geben. Das sagt man nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Und am Sonntagabend ab 20.20 Uhr die nächste Folge unseres ACCC, unseres Assetto Corsa Community-Kompetitiones. Ja, ansonsten, wenn ihr dieses Wochenende Lust habt auf Gaming, auf Simracing, auf alle möglichen Sachen, schaut gerne auch mal beim Twitch-Kanal von CT Meister vorbei. Wie gesagt, ab Freitag, ich glaube 19 Uhr, beginnt der 48-Stunden-Spenden-Stream. Und wenn ihr natürlich dann zusätzlich am Sonntag auch noch hier einschaltet, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Auch Paule freut mich sehr. Und habt eine gute Zeit. Danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf. Tschüss. Tschüss.